Ja, brandneu, diese neue Senseo. Und ihr wisst, wer mich kennt, der weiß, dass ich nicht dazu neige, ich häufig und ausgiebig selbst zu loben für meine Taten. In diesem Falle aber möchte ich doch kurz erwähnen, dass die Maschine aus meinem Privatfundus stammt und Halbbansch mit köstlichem, frischem, aufgebrühtem Kaffee versorgt. Ich möchte auch einen. Wie, du möchtest auch einen? Ja, ja. Mini-Kühlschrank haben wir auch. Und auch der, ihr wisst, ich neige nicht dazu, häufig mich selbst irgendwie als besonders coolen Hund darzustellen, aber auch der Kühlschrank stammt aus meinem Privatfundus. Stammt aus meinem Privatfundus. Stammt aus meinem Privatfundus. Stammt aus meinem Privatfundus. Vielen Dank.